Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem Unboxing von Lumsing, ich hoffe ihr habt es richtig ausgesprochen, und zwar Lumsing 5 Port Desktop Charger, 240 Gramm wiegt da, Maximum Output 5 Volt, Schrägstrich 8 Ampere, hier steht alles in Inch drauf, damit können wir nicht viel anfangen, 100 bis 200 Volt Schrägstrich, also so eine Wellenlinie, 50 bis 60 Hertz, das packen wir jetzt mal aus, mach euch mal auf den Tisch, zoomen euch auch ein bisschen ran, dass wir uns das mal ganz genau angucken können. So, und haben wir auch noch ein Stromkabel, wir haben ja noch ein Stromkabel mit bei uns, diesmal so ein deutscher. So. Na komm, geh da zu. Geh da zu, oder auch nicht. So. Wir haben ein Stromkabel mit bei, wir haben dann das Gerät an sich mit bei, wir haben Power User Programm haben wir auch noch mit bei, lumsing.com, also da steht auch nochmal die Webseite, die steht ja auch in der Videobeschreibung, findet ihr die, und dann haben wir noch ein User Manual in, auch sogar in Deutsch, leck mich an der Dash. Ah, hier steht es in Zoll sogar drauf, 3,4 mal 3,1 mal 1,2 Zoll. Und dann kommt schon Chinesisch. Das haben wir alles mit bei, und ich würde sagen, wir machen uns auch gleich mal daran, das Hardware Video zu machen, und da gucken wir uns mal an, wie lang der Kabel ist, und das ganze Gerät gucken wir uns auch nochmal etwas genauer an. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin. Wenn wir emparrive, dann schon wiederbekommen. Wir sieht einfach. Das andere range, bis hike bist du an. Da sind drei, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020